Und da sind wir wieder bei Vigasif, mit mir Sefi und Jutis, moin! Und wir spielen immer noch Baten Kytos! Und jetzt wollen wir endlich nach oben! Ich dachte, wir sind schon oben. Nee, ganz, es geht noch ganz einfach höher. Ganz nach oben! So, und jetzt beantworten wir die Frage, warum wir nicht hier hochfliegen konnten. Und jetzt sagt nicht, wann es regnet. Da ist keine Schattentruhe. Da ist auch keine Schattentruhe. Horschung! Dann können wir hier hochgehen. Ich habe das Gefühl, wir haben nur Simpleton gewonnen. Was darfst du Malfur? Was willst du mit dem Sword des Heavens? Ich bin mit Malfur. Das Sword wird mein Offerung für ihn. Was? 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 Who? Was? 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 Break the magic deal! No! Stop it! Depart Melpersion! Divine King! Awaken from a thousand years of slumber! Save us, the children of the Earth, from beneath the tankpots! Lead us to our destiny! Oh, look at the sky! It's the divine light! Melodia! Why, there you are, Callan! I was beginning to wonder where you had flown to! How very convenient! I'll dispose of you later! O heir of Calvary! I present you with the sword of the heavens! Let us lay aside our past, that which took place over a millennium ago! And pray take us to the lands in the sky! To a new world order! Under rule of Valpersion! Don't do it, Crumbly! Don't do it, Crumbly! Don't do it, Crumbly! Don't do it, Crumbly! Don't do it! Don't do it, Crumbly! Ancestors deeds of a thousand years ago, the children of the earth will perish, every last one of them, the wrath of a god endures forever. I see. The sword that slew the gods a thousand years ago has not lost its power. Fair enough. I'll take care of you. Let us first release them to the others. Oh no! Where are they going? The village! They're headed for Alvarab village! We have to stop them! Everyone to the village! Entspelten characters mobiles! Du hast ein Magnus erhalten! Fimmelschwert! Faye, bist du da drin? Wirft's weg! Und wir haben die Erdnation auf der Weltkarte verfügbar! Oh Gott, 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 ich hab' das geschafft! Vielen Dank, Gott! Was? 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 Ich bin so dankbar, dass wir das geschafft haben! Tata! Was? Ein heiliger Schatz des Erdvolkes mit diesem Schwert und dem Ozeanspiegel wurde vor tausend Jahren die Götter besiegt! Sogar Mild Persil sollte seine Macht spüren! Ich will eine neue Karte. Hinein! Kann ich die Erde nutzen? Ja. Oh Gott. Dann kann ich hier eigentlich bei Mizuki reinpacken. Mein Keles hat ja jetzt gerade Finsternis entdeckt. Und der Karte... Einfach dann wieder umfuchten! Okay. Barsam. Halt. 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 Das war Kellis! Das ist schuldig. Wie kann sie das? Das ist eine große Herausforderung. Er wird dich für das. Nein, du musst warten. Du bist zu verletzend, um den Schaden zu nehmen. Du bist zu verletzend, um den Schaden zu nehmen. Du musst zurück in den Schaden zurückkommen. Du musst mit dir die Schaden auswählen. Aber es wäre schuldig für dich zu sterben, zu sterben. Beside, das ist unsere Aufgabe als Kinder der Erde. Bezut, ich will... Bezut, du musst mit dir gehen. Dein Vater und ich, und alle in dieser Stadt haben eine Aufgabe. Eine Aufgabe, die von dir ist anders aus. Sie müssen weitergehen. Sie müssen weitergehen, Zuri. Als die Kinder der Erde der Kinder, Sie wissen, Sie müssen zu leben. Sie haben eine Mission zu erreichen. Beside, Sie unterstellen unsere Macht, Ihre Mütter und meine Mütter. Sie können nicht so gut sein. Sie können nicht so gut sein. Sie haben keine Ahnung, wie viel ein Kind zu gehen würde, um diese Kinder zu retten. Rest assured, Misuri. Mama! 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 Mizumi, what you did for us was truly wonderful. You led your friends from the sky here so we could meet them. We could never thank you, Ida. We hope that you and your friends will be able to save our lives. Mama! You must let go, Mizumi. It's all up to you now. Please take care of our Mizumi. Don't worry, Mizumi. You'll be proud of us. Good luck, Mizumi. We're counting on you. Let's go now. Even though our powers have diminished, a battle fought with art is never lost. Let's go now. Even though our powers have diminished, a battle fought with art is never lost. Let's go, Kalos. Great Mizumi, the people of this village must do what they have to do. We can't die here. Not now. I know. Come on. Great Mizumi. What's wrong, Kalos? Suppose we escape. We'll leave everyone to die. Even if we do save the world, could you live with yourself? I didn't come this far to watch those innocent people get slaughtered. No way. The future of our world may depend on whether we can return to the sky with a sword. I know. But if the only future we have means leaving these people to die... Besides, I don't intend to lose. I was waiting for you to say that, Kalos. What do you think? That's my partner. Okay. Let's get back into action. You ready, Great Mizumi? Polonia! No. Why did you come back? I hope it's lost. You will never learn, will you? Coming back to face certain death? I... I will never forgive you! Let's... What is this? The power... Of our ancestor... The Great Wizard! The Great Wizard! Help! 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 Here you can make one of the most most photos of the game. This is the Turing with the mask. Yes. There is also even a laugh option. Where they... where they are laughing. That's the most most iconic photos of the game. I love you! Oh, die ne quietschige Stimme! Süß! Ah, schön! Licht und Wasser ist sogar im Vorteil! Gleich mal Misuti fotografieren! Wenn wir da mal reden! Nicht bewegen, Misuti! Lache! 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 Grins! Kellis, mach hier ein Grinsen! Bring's hier irgendwie zum Lachen! Jetzt verzehr das Gesicht! Die mach halt ich noch! Oh, 850! Das wär... Das ist ja voll gut und das Teil länger dabei zu behalten! Ich mag die Attacke! Mhm! Ich mag sie wie nur das Moves und so... Achso, ihr Gefieder sah ich jetzt mal, sieht richtig cool aus! Achso, ihr Gefieder sah ich jetzt mal, sieht richtig cool aus! Ist immer sowas anderes! Ja! Hier! Ich schiebe hier so eine Kamera! Bisschen zu viel! Bisschen zu viel! Ist gestorben, wegen zu viel Heilo! Oh, das ist ja irgendwie mein! Hey! Du wolltest nicht hängen, so aufgehärt! Dann beide Combo kaputt gemacht! Wir müssen so eine Katze nennen! Das ist auch cool, dass sie auch auf solche Details geachtet haben. Deinem versteht man sie jetzt auch. Wir haben gerade ein bisschen viel Heil- und Verteidigungskarten noch vorhanden. Ich kann mir gerade den Angriff nicht so in den Puschen. Weiter lege ich nicht. Aber ich will jetzt noch eine kleine Kombo drin. Miso, die macht ein Selfie. Bitte lächeln! Doch, mein ich ernst. Oh, Sabina kann gleich schön umreifen. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Sorry, mein Fehler. Ich war zu sehr damit beschäftigt, zu überlegen, was für eine Karte ich als nächstes spiele. Ich kann jetzt mal angreifen. Ich heile mich mit der zerstörten Weltsphäre. Welche Ironie. Ich hatte leider keine... Ja, jetzt ziehe ich die sechs, ne? So. Das Schöne ist, man muss diese neuner Karten nur irgendwie mit in eine Kombo einsortieren. Und man kriegt dadurch so viel Bonus. Das ist ganz cool. Oh, ich kann Sabina gleich mal holen. Hier kannst du viel anderes kaufen. Okay, das hat die Welt bis wehlen. Nein, gleich noch nicht heilen. So. Mein tausend ist schon eine Hausnummer zum heilen. Das ist dann. Ich hätte eigentlich noch das verachten gehen können. Das mag ich auch sonst, Sabina, dass du wirklich so extrem gut mit ihr kombinieren kannst. Da hast du fast immer was passendes dabei. Das bei Newt auch so. Oh, jetzt ist das gelöst. Hier, ich verteile mich mit Sarke. Scheiße, Sarke. Mach die Flasche kaputt. Machst du langsam den Räder auf. Sieh jetzt auch gar was. Heilt bestimmt. Das sieht schon so aus, als würdest es heilen. Das wird die Schmerzen lindern. So. Das ist mit Percy. Ich finde das cool, wenn man mit Percy so nahe sieht, dass man wirklich so die Knochen und so sieht. Dass man wirklich sieht, dass der noch nicht fertig ist. Ja. Stamm. Oh, ich habe wieder eine Kamera vorhanden. Misuti! Wie oft denn noch? Wahrscheinlich könnte es nicht hoch, dass man das bekommt. Ja, aber ich meine, wenn man mehrere Bilder mitnehmen könnte, wäre ja schön. Ich verstehe immer noch Cheeseburger. Oder Cheeseburger? Ja, das ist auch eigentlich Cheeseburger. Weiß die Frage, gibt es hier Cheeseburger? So, wir sollten hier noch keine Verteidungskarten auch machen, dass er sich gleich wählen kann. Sonst, wenn er nicht eingriffen wird, mischte ich gleich das Deck durch. Der Teufel spricht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zwei. 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 Acht. Acht. Und acht. So. 902. Zwei. 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 Toma. Wir sind hierzwungen. Sie sind hierzwungen... Sie sind Adventistie. Die Ponsel ist... Ja, macht immer noch Schaden. Karten werden gemischt. Bitte verhindern. Verteilige mich mit Eiern! ich habe wenigstens aber ja das ist nicht wenigstens kommen auch noch klappt das macht nur immer so viel schaden jetzt muss ich erst mal heilen mir gehts gut so ok das kann aber angreifen Aber ein acht. Nimm das! So, gucken wir wie lange der Kampf noch geht. Kann man den Differenzieren? Ja, das ist so ein Abrechkampf. Nein, ja. Aber wenn man verliert, dann ist man Game Over. Also zähle ich das als Sieg. Na, verstehe. Ja, quasi sie verteidigt noch ein bisschen und ich meine sie. Sieben, sieben. Wir haben so viel Sieben denn? Beziehungsweise Keras hat die ganzen Sieg und ich hab sie ja nicht. Ist das alles, was du hast? Komm! 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 Das wird helfen! Einmal in den Pörschel im Mund, gell? Wer hat das nicht geändert? Einmal in den Kott im Mund. Oh, kein Stick ist dafür. Dafür hat er wohl noch ne gute Combo umgelegt. Oh ja. Oh, Penny. Wir nehmen das und wir nehmen das. Kommt euch das bekannt vor? Ja, ja. Und noch ein heiliger Wein, yay! Ja, vor allem das Zeug wird nicht schlecht. Eine hundertprozentige Chance zu heilen. Und füllt noch 500 Kp auf. Oh, ey. Oh, nein! Wieso ist das nur noch kurz Süd so, damit ich nicht verpugeln kann? Und fotografieren! Das habe ich eigentlich nur gemacht um die Combo hochzutreiben. Äh. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und die. Oh, gut. Ich kann mir nicht sicher, ob es aufgeht. Nein, ich setze nicht den Apfel gegen ihn ein, obwohl das meine Kombo retten würde. So durft bin ich nicht. Ich hoffe, wir haben am Ende das Foto für Mizuki, oder das Foto von Mizuki, wie man es nennt. Ja, du hast ihn ja fünfmal ab, oder auch vier? Ich weiß nicht, vier? Drei? Drei eigentlich. Oh, der Bettchen, das ist nicht so. Hier ist dein erstes Blatt, um dich zu helfen. Speziell Attack von Friesing-Aktionen. Gucken, wie soll ich gleich nochmal den Fotoapparat kriegen? Oh, ist schon vorbei. So schwer war es jetzt eigentlich nicht. Jetzt sind wir jetzt ja den Oberschonkel eingekriegt. Schade, wie es alles ist. Und das war das Schwert. Na doch. Nein! Die Sorge des Himmels! Ja! Die Sorge des Himmels! Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr überrascht habe, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Du wirst alle sterben! Alles wieder so. Tschüss! Wicke wicke! Oh, das war so anstrengend. Hast du alles gemacht? Das war trotzdem anstrengend. Ich habe auf dem Back gesessen. Das war schon anstrengend. Ich musste pumpen. Oh, mal gucken. Wir haben eine Misuti ohne Maske, Misuti ohne Maske, Misuti ohne Maske. Hier ein super seltenes Film von Misuti. Ein äußerst seltenes Foto von einer lächelnde Misuti. Wer das lächelige Gesicht eines Angehörigen des Erdfolges sieht, soll mit langem Glück gesegnet sein. Nämlich jetzt das oder das? Das ist eine Frage. Ich meine, den Wein können wir uns ja wie Sand am Meer machen. Wir haben alles, was wir können. Das Ort nicht mehr sicher ist, wenn die Barriere der Tauern ist broken. Malpersio's Minions können die Angehörigen attacken. Ich glaube. Die Kinder der Erde sollten nach dem Meer gehen, nach Anuenue. Wir müssen uns mit den Forsten, wenn wir hoffen, zu gewinnen. Ich verstehe was du sagst. Ich werde alle vorbereiten. Als bereit, unsere Leute werden dich in den Meer gehen. Bitte sagst die Leute von Algorab, zu schnell. Ich verstehe auch. Buh! Du musst dich glücklich sein. Das ist dein erstes Ticket aus hier. Kallus! Ich bin schuldig, schuldig. Ich dachte nicht, es würde kommen zu dieser Zeit. Ich werde hier bleiben. Ich werde hier sein. Was bist du? Das ist nicht zu lösen. Aber... Wenn du schuldigst für was du getan hast, das beste ist, dass du mit den anderen da bist und kämpfst für was richtig ist. Diese Kampf wird nicht so schön sein. Ich werde hier sein. Du bist richtig. Ich werde... Ich werde... Na, warum nicht wir erst gehen? Bevor du hier bist, Mizzuti. mach das, Mizzuti. Hm? Was ist das? Ich werde. Oh, muss das? Aber da sind sie. Ich möchte dich überneh ständigem Onegeln von der Zwischenabmacht. Ich werde sie machen. Ich werde. Der Großmiertel Mizzuti bedankt den Großmiertel Komro. Ich werde. Du hast ein Merkens erhalten, zerstörtes Himmelsschwert. Fick dich, Matt Perseo. Fick dich. Mal sehen, was von seiner Macht übrig geblieben ist. Wow. 63, Angriff, Licht 38. Aber hey, dafür, dass es neuner ist und jeder ist einsetzen, dann ist das gut. Ich sollte die Mizuki vielleicht wieder geben. Jetzt gehe ich kurz speichern. Die paar Minuten haben wir auch noch. Das wird uns nicht umbringen. So, wir haben jede Menge EP gesammelt. Haben den Zosmatum hinter uns. Sifi ist glücklich. Sifi ist glücklich. Und damit verabschieden wir uns in einer Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin. Ciao. Winke, winke. Winke, winke, stinki, stinki.